Ich schaffe Bewusstsein für Nachhaltigkeit hier in Bonn. Ich bin Saskia, 27 Jahre alt, arbeite in der Unternehmensentwicklung der Müllverwertungsanlage in Bonn als PR-Managerin. Ich arbeite hier, weil ich das Gefühl habe, dass man hier mit seinen Ideen wirklich was bewegen kann. Man ist nah an Entscheidungsträgern, die für das Klima der Zukunft in Bonn etwas bewegen können. Das begeistert mich, dass man da einfach wirklich stark mitwirken kann. Mit der Zukunftsvision Bonnova habe ich zum Ziel, dass Bürgerinnen und Bürger Nachhaltigkeit jetzt und morgen einfacher leben können. Ich liebe an Bonn, dass es so eine grüne und natur- und umweltwertschöpfende Stadt ist. Im Vergleich mit anderen Städten ist das Tolle an Bonn einfach, wenn man durch die Straßen geht. Man merkt, es ist das Grüne, man merkt, da ist Aufbruchstimmung, man merkt, der Weg in die Zukunft, in die Nachhaltigkeit fängt jetzt heute an. Ihr hat r興hört, aber auch wenn man durch die circadationen kann. Diese Stunden kann schon jetzt auf die haut, irgendwie nicht Joey vielleicht拉 deficien. Man muss mal so ein paar Jahre aus, wie der